Hallo, was ist der Unterschied zwischen Konflikt und Mobbing? Das erklären wir in diesem Video. Ein Konflikt ist eine Auseinandersetzung zwischen einzelnen Personen. Meistens vertragen sich die Personen wieder. Mobbing ist, wenn mehrere Personen eine Person über einen längeren Zeitraum erinnern. Dabei gibt es keine Unbeteiligten. Die Leute, die zusehen, nennt man Zuschauer oder Dulder. Mobbing kann auch im Internet stattfinden. Das nennt man dann Cybermobbing. Aber was kann man gegen Mobbing tun? Hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel Hilfe bei Erwachsenen holen, der betroffenen Personen Hilfe anbieten, als betroffene Personen direkt Stopp sagen. Bei Cybermobbing kann man einen Screenshot, zum Beispiel von dem jeweiligen Chat machen und damit zur Polizei gehen. Tschüss! Musik 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 Musik